Dann mal wieder aufi. Tagesaufgabe. Wollen wir mal einen anderen nehmen? Haben wir eigentlich irgendwas neues freigeschaltet? Sie hatten wir schon. Sie hatten wir noch nicht. Ihn hatten wir schon. Der ist aber nur hässlich. Ja ne. Dann bist du jetzt mal dran. Mal gucken, ob wir mit ihr mehr glück haben. Oder weniger. Da oben ist schon mal eine ganz garstige steinfalle. Und wir kommen da eh nicht hoch. Also auf jeden fall auf der linken hälfte der karte. Oh, Kiste. Bomben. Sehr schön. Das ist ein guter Anfang. Da ist nichts. Und Gold und noch eine Kiste mit Springschuhen. Ja, geil. Ich mag die Tagesaufgabe. Die Blondine muss hier eben ganz nah sein. Der Schrei wird lauter. Kriegen wir jetzt die Springschuhe auf weniger Feilschaden? Ich mein, wird ja irgendwie Sinn machen. Das war nicht schön. Du hängst jetzt da ewig rum? Nee, komm. Wir haben Bomben bekommen. Wir sollten Bomben einsetzen und nicht vom Stein getroffen werden. So, du kommst mit. Oh, ich hab's. Nein, nein. Es war zu weit. Komm schon. So, Gott, verdammt. So, du kommst mit. Bevor jetzt noch mehr Unfug passiert. So, du kommst mit. Wo jetzt noch mehr Unfug passiert. So, du kommst mit. Dann hätten wir gerne noch dich. Dann würden wir uns gerne unten umgucken. Steinen brauchen wir nicht. Stacheln ist schon mal kein guter Anfang. Und hier ist nichts. Okay, raus. Wir haben über 10.000. Ja, es ist nur klein Kram, aber jedes bisschen zählt. Und raus. Also nicht schön, dass wir ein Herz verloren haben. Aber dafür mehr als 10.000. Und die Springschuhe. Die Springschuhe dürften schon gut was rausreißen. Ich höre Schlangen und ich sehe eine Steintachelfalle. Ich würde eigentlich ganz gerne wissen, wo der Zugang ist zu den... Oh. Zu den Schlangen. Da drüben nehme ich. Okay, okay. Ich hätte trotzdem ganz gerne vorher das Zeug hier. Scheitsch. So, dann hätte ich gerne hier einen Zugang. Wie komme ich zu der Kiste da? Oh. Nicht mehrere Knöpfe gleichzeitig drücken. Geh um an. Und neue Bomben. So. Wie kommen wir jetzt zu ihr? Nur durch Sprengen, ne? Na gut, dann Sprengen wir halt. So. Vier Bomben noch. Kommst du mit? Bitte neue Bomben in der Kiste. Und falsche. Zeugen. Oh oh. Bitte keine Stacheln, bitte keine Stacheln, bitte keine Stacheln, bitte keine Stacheln. Aber unten müssten ja eigentlich die Schlangen sein. Das ist schon okay. Davon stirbt sie nicht. So. Alles mit. Aber auf die Zeit achten. Noch mehr Bomben. Oh ja. Das wird ein schöner Run. Spreng. Feitsch. Feitsch. Äh. Bommel. Mitnehmen. Abliefern. Spitzhacke holen. Und das ganze Level auseinandernehmen. Genau. Haben wir links Edelsteine? Nein. Haben wir rechts Edelsteine? Vielleicht. Hm. Auch nicht wirklich. Okay. Raus. 31.000 Spitzhacke. Springschuhe. Kein Leben verloren. Und Küsschen. Alles gut. Äh. Einfach die Klappe halten, Gerogon. Ja. Wir müssen erstmal Licht machen. Dann können wir weiter irgendwo. Oh. Wo kamst du jetzt her? Okay. Spitzhacke ist jetzt oben. Da oben ist eine Spinne. Warte mal. Das war nicht so eine gute Idee. Oh. Oh. So. Irgendwo war jetzt. So. Da unten ist die Fackel. Ich muss erstmal das ganze Licht anmachen. Sonst krieg ich egal. Jetzt gebacken. So. Oh. Da ist die Tonline. Mit. Mit. Äh. Dich hätt ich auch noch ganz gerne. Kleiner Goldkäfer. Zing. Fünf tausend Gold. Okay. Du. Du wartest mal hier. So. Dann lösen wir mit dir die Falle da aus. Oder auch nicht. Ist er jetzt tot? Sieht irgendwie so tot aus. Ich sehe da keine Sternchen drüber. Ist eine Fackel ein Instant Killer für Gegner? Das wäre interessant. Ich hätt gern die Fackel. Nicht den komischen Mann. Auch nicht den. Ach. Du dahin. Du mitkommen. Sproing. Feitsch. So. Was haben wir hier noch? Oh. Spinne. Und eigentlich hätte ich jetzt noch ganz gerne eine Spitzhacke. Aber ich glaube der Weg zurück ist ein wenig zu zeitaufwendig. Oh. Ah. Dove kleine Spinne. Also Spitzhacke verloren. Ein Leben verloren. Ein Küsschen bekommen. Aber gut Gold. Wir sind über die 40.000 Grenze. Was schon mal sehr schön ist. Und wir haben noch ein reguläres Min-Level. Zeigen. Oh oh oh. Die Spinnen haben es echt auf mich abgesehen heute. So. Nix. Heingötze. Meanderthaler. Ich führe keine Frau. Es sind verdächtig viele Spinnen dafür, dass es kein Spinnenlevel ist. Ah. Oh. So. Also wir sammeln dich nicht auf. Wir wollen keine Händler verärgern. Dich nehmen wir auf jeden Fall mit. Schlappzing. Genau. Spring einfach in die Staffeln rein. Zwei. Da wird der Ausgang. Hier werden noch Edelsteine. Nee. Feitsch. So. Wollen wir jetzt schon raus. Das ist doch albern. Ich will ja eigentlich nicht versuchen zurück zu gehen. Also nach oben. Aber wir haben nur zwei Seile. Und das letzte Mal war der Mangel an Seilen doch ein Verhängnis für uns. Nämlich im Eislevel. Also will ich jetzt immer mindestens ein, zwei Seile dabei haben. Boah das ist schon wieder dunkel. Dunkel und Dschungel. Das ist doch. Das ist nicht schön richtig. Das ist echt nicht schön. Das ist echt nicht schön. Ich zeige. So. Runter da. Das ist ein Goldkäfer. Tut mir leid aber wir müssten an den Edelsteiner. So. Einmal durchspringen? Fragezeichen. Ja komm. Wir haben acht Bomben. Das muss okay sein. Wir haben hier nicht gesprengt. Das ist auch sehr gut. Äh. So. 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 Goldkäfer. Hä? Ähm. Wenn die Fackel ins Wasser fällt, ist sie aus, oder? Nein. Nein. Oh. 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 Weg. Da hast du eine Blondine. Da ist kein... Warte. 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 Da oben ist der Götze. Da kommen wir aber nicht mehr so einfach ran. Hinten ist eine Tiki-Falle. Tiki-Falle sind der Feind. Nein. 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 Bist du tot? Ja. Du bist tot. Okay. Das war interessant. Du bist tot dafür. Okay. Nee. Da will ich... Hohohoho. Oh. Oh. Was war liebe du Reich? Wo ist denn meine Facklin? Geh weg du. Oh oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Aktiviert. Warum blinkt das hier? Wo ist der Ausgang? Wo ist der Ausgang? Wo ist der Ausgang? Muss irgendwo hier sein. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Und dort. Das Licht war das Verängnis, dass wir das verloren haben oder nicht mitgenommen haben. Nee. An sich ist es ein sehr schöner Run. Also chaotisch am Ende, tierisch chaotisch, aber 66.000 ist ordentlich. Nicht so ordentlich wie 79.000, aber ordentlich. Oh, null Punkte. Okay. Aber doch, können wir zufrieden sein. Sie hat auf jeden Fall Glück gebracht. Gucken wir morgen, ob wir da rüberkommen. Aber ich finde, in letzter Zeit ist es echt so ein Aufwärtstrend. Wir hatten ja eine Zeit lang, also die ganzen ersten Folgen das Problem echt über 40.000 zu kommen. Aber langsam legt sich das. Und das ist schon schön so. Also dann, bis morgen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.